Dieser Ford Tourneo ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in diesem silbernen 5 Thüringen den Platz. Der Venn besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Partikelfilter, Dachrailing, Tempomat und vieles mehr. Der sparsame Diesel hat eine Leistung von 95 PS und wird über ein Schaltgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 16.869 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Abonniere Bester Preis Bester 감사합니다 Bester Preis